Schon ein paar Tropfen bringen dich auf Trab und du fühlst dich wohl. So kommst du einfach frisch in den neuen Tag. Das ist kein Kunststück, das ist Odol. Es ist fast unglaublich, dieses Odol, was es aus dir macht. Sympathische Arten von morgens bis abends und auch in der Nacht. Auch da, wo die Zahnbürste nicht hinkommt, wirkt Odol Mundwasser. Odol, ein Hauch sympathischer.